ja hallo liebe radowander freunde kurze info das anradeln am samstag fällt leider aus grund dafür sind jetzt ja die verschärfungen der corona maßnahmen geworden es darf ja nur maximal eine person in den anderen haushalt mit rein und drei personen wären es eigentlich gewesen für das anradeln mit mir werdet ihr aus dem grund ist daran radeln jetzt erstmal auf unbefristete zeit abgesagt aufgeschoben ist er nicht aufgehoben und wird auf jeden fall noch irgendwann stattfinden wann ist jetzt fraglich diese info teile ich euch jetzt mit wird damit ihr daher denkt ja samstag ja anradeln ja sonntag video wo bleibt hat also noch mal anradeln ist hiermit erstmal abgesagt für samstag so wie ich die zeit jetzt über brücke weiß ich noch nicht kann ich noch nichts zu sagen keine ahnung das kann auch sein dass ich dann erstmal jetzt kein video mehr hochlad die nächste zeit kann aber auch sein dass ich vielleicht meine radtour hier durch kreis heinsberg noch mache um vielleicht noch ein paar videos dann für euch dann zu machen weil anders ist es ja jetzt im moment leider nicht möglich irgendwie was größeres angehen zu lassen weil ich kann ja nur hier im kreis heinsberg dann rumfahren weil unsere aktuellen status der liegt ungefähr bei 102 110 und somit sind wir ja weit unter den 200 und können uns ja dann hier im kreis heinsberg frei bewegen wir haben ja nicht diese einschränkungen von 15 kilometer die über die 200er marke sind die haben wir ja nicht mal gucken wie ich das jetzt mache und dann sage ich euch mal schöne dach und bis zum nächsten video euer andy mtb und tour und mein kanal nicht vergessen zu abonnieren wer es noch nicht getan hat bis zum nächsten mal macht es gut bleibt gesund